Interessant, in den Katakomben sind wir keine 10 Meter gegangen und jetzt sind wir schon aus der Stadt raus. Achso, okay, das Haus ist gleich hier. Das ist noch nachvollziehbar. Nein, danke, ich brauch nicht. Ähm. Oh shit, die Vögel wieder. Hier oben. Ah, erstmal den Vogel. Oh, mhm. Ist doof, als Wolf hat man keine Fernkampfattacke. Na gut, was sollte man da auch machen? Hier ist noch, okay, das dürfte im Haus sein, ist noch ein Käfer. Also, würde ich sagen, kann man hier durch? Hallo, ja, hier kann man durch. Okay, ich muss also anscheinend in die Häuser hauptsächlich rein. Und hier ist irgendwo ein Käfer. Hier. Hier oben. Ganz oben. Oh, er hat mich angegriffen. Toll. Naja. Und wieder ein. Und alles kaputt machen. Hey, was ist das? Ach, ein Blauer. Ich sah aus wie Türkis. Hm. Und wieder raus. Hier haben wir nichts mehr zu suchen. Gut. Dann machen wir uns mal weiter auf die Suche. Stand was drauf? Gewischt waren, Laden. Waren des täglichen Bedarfs und gebraucht waren. Oh. Oh, da hätte ich ja was mitgehen lassen können. Ach, nee. Ähm. Hier kommen wir nicht so einfach rein. Oder? Da würde ich nicht durchkommen. Wahrscheinlich muss ich nochmal nach oben. In die Häuser kann man meistens von oben einsteigen. Das haben wir ja auch selbst im Dorf schon gemerkt. Jo. Das... Na toll. Das sah doch sehr richtig aus. Ich sollte nur präziser springen. Also wieder rauf hier. Jedes Mal... Äh. Schreckt sich mit nach. Ähm. Job. Gut. Rein hier. Okay, da ging es auch noch weiter hoch. Eventuell müssen wir nochmal raus. Ähm. Hier im Nebenz... Ne, in dem Zimmer ist auch einer. Da. Äh. Ah, okay. Das ist ein Kamin. Also müssen wir den Kamin anmachen. Haben wir hier irgendwo Holz? Na, gehen wir erstmal in den anderen Raum. Oh. Gegner. Ah, die Gegner können uns sehen. Die Geister aber nicht. Komisch. Eins und... Zwei. Gut. Ist das hier irgendwas? Hier ist erstmal... Ne Truhe. Die wir auch als Wolf aufmachen können. Und Rubine. Was? 20? Ich bin ja gleich voll. Okay. Und hier oben ist da... Oh, erstmal ein Gegner. Und irgendwo muss hier Holz rumliegen. Ah. Und... Käfer. Haha. Gut. Und... Noch ein. Ist hier hinten was? Sieht nicht so aus. Ähm... Hier vielleicht? Nein. Ich bin ja drin. Oh. Oh. Boom. Boom. Toll. Jetzt hab ich 300 Rubine. Okay. Den Tisch kann ich auch nicht benutzen. Hier war noch ein Schrank. Wir brauchen irgendwas zum Anzünden. Toll. Da bringt mir schon gar nichts mehr, der Gelbe. Okay. Wir gehen mal runter. Vielleicht hab ich hier noch was übersehen. Ich suche ein Stück Holz, was wir verwenden können. Ich find gerade keine... Ich muss hier dann auch noch ein Feuer finden. Moment. Okay. Feuerwehr hier. Oh. Und hier kann ich noch hochknittern. Ja. Okay. Um wieder rauszukommen. Das wollen wir aber noch nicht. Ähm. Hm. Hm. Ah. Hier liegt ein Stück Holz. Toll. Und anmachen. So. Räuchern wir ihn aus. Aha. Jetzt. Zack. Und das haben wir es noch schon. Gut. Her damit. Her damit. Okay. Und wieder rauswählen. Oh. Hm. Toll. Du solltest dich festhalten. Und hoch. Gut. So. Jetzt müssten wir noch ein Stück hoch gehen. Glaube ich. Da könnte doch auch noch was sein. Hier. Hier geht's weiter nach oben. Obwohl. Wenn ich auf die Karte schaue, dann sehe ich, äh... Hier sind keine Käfer mehr. Aber ich gucke trotzdem. Boah. Wie weit geht's hier hoch? Ich würd sagen, ich bin ganz oben. Und was ist hier? Nichts. Toll. Ähm. Die... Äh. Oh. Ähm. Erstmal, ich will hier nicht unbedingt runterfallen. Aber da drüben würde ich gerne hin. Äh. Von wegen nicht runterfallen. Na gut. Da drüben geht's aus der Stadt raus. Hey. Ein Bombengeschäft. Ich mag Bomben. Ähm. Allerdings. Ah. Hier kann ich hoch. Frage mich, ob ich wieder rein... Ah. Ab durchs Fenster. Hey. Ah. Ich muss wahrscheinlich angreifen. Und wieder hoch und... Ops. Nein. Ich will da rein. Gar nicht so einfach. Aha. Und wir sind drin. Gut. Ansehen. Feuergefahr. Lampen strengstens verboten. Okay. Ich brauche also eine Lampe. Ähm. Da. Komm her. Komm runter. Au. Gut. Und wieder ein Käfer. Aber bei den anderen Stellen müssen extrem viele sein. Ich glaube, wir haben noch zwei, drei Stellen. Wir müssen noch... Ja. Ich konnte gerade nicht zählen. Ich glaube, acht Stück brauchen wir noch. Zwei, vier, sechs, acht. Ja. Genau. Drei Stellen. Und acht. Hm. Okay. Da oben. Das sieht man. Das Einhaus kann man von oben betreten. So. Oh. Ähm. Bin ich denn hier gelandet? Äh. Irgendwie fehlt hier... Da fehlt noch was. Ah. Fledermäuse. Nein, nicht drunter. Okay. Wir haben irgendwo was übersehen. Anscheinend. Ich schaue aber erst mal hier hoch. Oh. Einer von den großen. Mist. Oh. Tot. Cool. Cool. Oh. Vielleicht haben wir das doch nicht übersehen. Und das ist hier oben. Hier drinnen nämlich. Aber wie soll ich da reinkommen? Hier vielleicht. Haha. Eingang gefunden. Gut. Dann haben wir ja bald alle Schattenkäfer. Das ist schön. Hm. Hier auch bloß einer. Mysteriös. Nein. Komm her. Achso. Ich muss mein Gespür natürlich anmachen. Nein. Ich kann nicht anwählen. Ah, jetzt. Gut. Hm. Haha. Das ist ja cool. Ja. Ich kann den Topf aufnehmen. Gut. Hm. Mehr ist hier glaube ich nicht. Also wieder raus. Wir sehen es ja dann auf der Karte. Falls hier noch ein Käfer drin sein sollte. So. Und jetzt würde ich sagen, mit einem präzisen Sprung kommen wir auf das andere Haus. Hör. Nicht runter. Manchmal spielt mir die Kamera so einen kleinen Streich. Die Kamera für. So. Oh. Da hinten. Ist der da rein? Ich glaube schon.